Mit All-Inclusive-Leistungen, Qualität sowie Kreativität überzeugt Geißraum und Design in Büdingen. Das Familienunternehmen besteht schon seit über 30 Jahren und leistet hervorragende Arbeit auf dem Gebiet der Innenausstattung. Hier finden Sie hochwertige Bodenbeläge für die verschiedensten Zimmer, genauso wie Gardinen nach jedem Geschmack. In Sachen Sonnenschutz führt der Betrieb vielfältige Produktvarianten für den Innen- und Außenbereich. Durch die enge Kooperation mit anderen Fachfirmen können die Mitarbeiter außerdem Komplettrenovierungen nach Kundenwunsch durchführen. Gemeinsam mit seinem Team beweist Inhaber Jürgen Geiß, dass man in seinem Betrieb das Handwerk von A bis Z beherrscht. Jeder Kunde genießt eine individuelle und fachkundige Beratung, bevor ein Auftrag gewissenhaft umgesetzt wird. Sie haben noch keine konkrete Idee, wie Sie Ihr Heim einrichten möchten? Dann lassen Sie sich im Showroom von Geiß Raum und Design inspirieren.